Heute spielt die Sonne die Hauptrolle, genauer gesagt die Energie, die wir dank der Sonne gewinnen können. Egal ob mit solchen Falltaschen oder mit Modulen, die wir fest auf dem Dach verbaut haben. All das schaue ich mir heute mal ein bisschen an und wenn euch das interessiert, dann schaut euch sehr gerne dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um ein schönes Thema. Es geht um Sonne, es geht um Energie. Was könnte es Besseres geben als Sonnenenergie? Ihr habt es in der Einleitung schon gesehen. Wir möchten heute einfach mal ein bisschen beleuchten, was gibt es da alles so auf dem Markt und was kann mir helfen, im Outdoor-Bereich ein bisschen autarker zu werden. Egal ob das jetzt wirklich sich nur auf das Wohnmobil bezieht oder vielleicht auch wie mit solchen kleineren Lösungen, auch einfach wenn ich hier mit unterwegs bin, aber dann vielleicht auf Fahrradtour gehe. All das schauen wir uns heute mal an. Von der faltbaren Tasche über das festverbaute Modul bis hin zu diesen kleinen Helferchen. Und eines gleich noch vorneweg, das soll kein Techie-Film werden. Ich möchte einfach aus meiner Praxis erzählen und euch einfach ein bisschen an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Natürlich habe ich dieses Video für euch auch wieder in mehrere Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt möchte ich euch einfach mal die Solarfalltasche zeigen, die ich besitze und möchte euch einfach mal ein paar Informationen zu den Spezifikationen geben und auch so ein bisschen in die Theorie eintauchen, wie das Ganze funktioniert. Im zweiten Teil schauen wir es uns in der Praxis an. Wie baut man das ganze Ding an und wie schließt man es an die Batterie an? Im dritten Teil beleuchten wir dann mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen dem Solarpanel auf dem Dach und so einem flexiblen Faltpanel. Was sind Vor- und Nachteile? Ich möchte das einfach mal so ein bisschen gegenüberstellen. Dann geht es weiter mit ein paar Tipps und Tricks, die ich euch mit ans Herz geben möchte, wenn ihr in der Überlegung seid, was ist für euch das Richtige? Und zu guter Letzt möchte ich euch einfach mein persönliches Fazit schildern und euch erzählen, was ich bei einem Fahrzeugkauf machen würde, fest verbauen oder darauf verzichten und dann lieber so ein flexibles Paneel nehmen. Das alles jetzt in diesem Video und wir starten mit dem ersten Punkt, den Spezifikationen der Falltasche. Viel Spaß damit! So, dann lasst uns mal mit den Specs dieser Solartasche beginnen. Ich habe das Ganze bei Off-Grid-Tech gekauft. Ganz ehrlich, die Firma ist mir relativ egal. Ich habe sogar das Gefühl, dass es hier einen großen asiatischen Hersteller gibt oder Produzenten gibt und dann kaufen das verschiedene Firmen auf und verkaufen es unter ihrem Namen und ihrem Label. Darum soll es heute auch nicht so gehen. Vorweg, natürlich all die Sachen verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Produktbeschreibung bzw. findet ihr auch auf meiner Webseite nochmal klar strukturiert und vielleicht auch mit ein paar Vergleichsprodukten, damit ihr euch da selber aussuchen könnt, was für euch das Wichtigste war. An der Stelle sei nochmal gesagt, ich kaufe mir die Sachen immer selber und deswegen kann ich hier nicht zehn verschiedene Sachen kaufen, weil mir schlichtweg die Kohle dazu fehlt, um die miteinander zu vergleichen. Aber ich suche mir natürlich vorab auch immer die Sachen raus, wo ich der Meinung bin, die sind relativ gut und für mich am besten geeignet. Und insofern möchte ich euch natürlich auch keinen Schrott fortführen. Kommen wir also jetzt endlich zu den Specs dieser Solartasche. Das Ganze ist im zusammengeklappten Zustand 44 cm breit und 55 cm lang. Das Ganze ist so drei Zentimeter dick in etwa und man muss aber beachten, hier ist noch eine Tasche dabei, wo zum Beispiel der Laderegler und das Kabel mit inkludiert ist. Also eigentlich sehr, sehr praktisch, aber das führt natürlich dazu, dass wir dann am Schluss auf eine Gesamtstärke von circa acht Zentimeter kommen. Je nachdem natürlich, wie ihr das Ganze packt. Und ausgeklappt ist das Ganze von der Größe her 1,55 Meter auf 55 Zentimeter. Und jetzt seht ihr das auch schon, das sind hier bei mir drei Klapp-Module. Das bedeutet, ein Modul hat 40 Watt. Insofern könnt ihr euch zusammenzählen, hat das Ganze 120 Watt Peak. So, als nächstes gucken wir uns an, was wiegt das Ganze. Der Hersteller spricht hier von 2,7 Kilogramm. Und, oh Wunder, ich habe hier 3,7 Kilogramm. Wie kommt das jetzt zustande? Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass man uns hier anlügen möchte, aber da ist einfach schlichtweg das Kabel wahrscheinlich nicht mit berechnet und schon gar nicht der Laderegler. Und jetzt könnt ihr euch aber schon denken, warum ist diese Tasche dabei? Nein, natürlich, weil da auch Inhalt drin ist. Ich habe es ja schon gesagt, da ist das Kabel drin und da ist auch dieser Laderegler drinnen. Und da ist eine Sache ganz wichtig. Es wird manchmal im Netz suggeriert, dass du Lösungen finden kannst, wo du einfach einen 12-Volt-Stecker hast, den in deine Steckdose steckst und dann lädst du automatisch die Batterie. Ja, das gibt es und das funktioniert auch, aber ist ganz gefährlich, weil damit hast du keine Spannungsüberwachung. Und wenn die Batterie mit der Spannung am Limit ist und du da drüber reinheizt, dann machst du einfach auf Dauer deine Batterie kaputt. Und das soll ja nicht passieren. Und genau das ist dieser Job von diesem Laderegler. Der sagt einfach nur, okay Batterie, du siehst gut aus, Spannung passt perfekt, ich schalte wieder ab. Und sobald die Spannung bei der Batterie wieder fällt, sagt der Laderegler, okay, du kriegst wieder neuen Saft von mir. Und das ist eben genau dieser Job von diesem Laderegler. Damit sind wir aber noch nicht am Ende mit der Theorie, sorry. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Ladereglern. Es gibt einmal die PWM-Laderegler. Die sind so in der Regel, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen die einfacheren Laderegler. Was machen die? Die sind so ein bisschen Türsteher und sagen, okay, Batterie ist voll, du kommst hier nicht rein. Und sobald die Batterie, also der Laden wieder leer ist, sagen die, okay, rein mit euch, egal, auf die Turnschuhe ist mir egal, ralle rein in den Laden und tanzen. Dann gibt es, so was wie ich hier habe, einen MPPT-Regler. Der schaut sich das alles ein bisschen genauer an und schaut oder sorgt dafür, dass der bestmöglichste Strom von der Solarzelle in die Batterie fließt. Und zwar so, dass wirklich am Ende dieses Solarpanel bestmöglich ausgereizt wird. Und das ist genau der Punkt. Man sieht ja im Netz auch oft, egal bei welchen Herstellern, dass Leute schreiben, ja, der ist super, funktioniert bei mir auch, wenn es bewölkt ist. Und andere schreiben, die Solarzelle geht gar nicht, weil sobald ein bisschen Wolken sind, habe ich keinen Ladevorgang mehr. Und das liegt eher an diesen Ladereglern. Denn gerade bei so Situationen, wenn es mal bewölkt ist, zum Beispiel, dann ist so ein MPPT-Regler deutlich von Vorteil, weil der holt damit immer noch Energie aus dieser Solarzelle raus und kann damit die Batterie mit Strom versorgen. Und das ist natürlich super schön, hat aber auch wieder den Nachteil, dass das Ganze ein bisschen mehr kostet. Das Ganze ist in der Theorie noch viel, viel komplexer. Ich versuche das mal auf meiner Webseite noch ein bisschen detaillierter darzustellen für euch. Mir ist jetzt in dem Video wichtig, dass ich den einen oder anderen von euch einfach nicht langweile. Und deswegen sei folgendes gesagt. Falltasche Solar bedeutet, ich brauche auch unbedingt einen Laderegler dazu. Und Laderegler gibt zwei verschiedene, einmal PWM und einmal MPPT. Und MPPT ist der ein bisschen klügere, sage ich mal, der hilft, da wirklich das Bestmöglichste rauszuholen. Man liest immer so 30% effektiver als der PWM-Laderegler. In der Realität sind es wahrscheinlich 20%. Aber gerade wenn es eben bewölkt ist, kann das ganz, ganz viel ausmachen. Weil gerade wenn es bewölkt ist, hast du entweder Strom oder eben nicht Strom. Und gerade in solchen Situationen macht sich dann eben ein MPPT-Regler deutlich bemerkbar. Das sind mir also die wichtigsten Kernbotschaften für euch. Ja und damit können wir vielleicht auch gleich zum Preis kommen, weil der wirkt sich natürlich auch drauf aus, welches Modul nimmst du und welchen Regler nimmst du und so weiter. Ich sage euch mal, was ich hierfür gezahlt habe. Und zwar war das für diese 120 Watt Peak-Anlage mit dem Regler zusammen ein Package für 399 Euro. Und bei den Ladereglern ist der Unterschied im Preis deutlich sichtbar. So ein MPPT-Regler, wie ich ihn hier habe, also diesen intelligenteren, da zahlst du schon mal 120 Euro. Und für einen PWM-Regler kannst du direkt 100 Euro abziehen. Die kriegst du nämlich schon ab 20 Euro. Naja und bei der Zelle sei natürlich auch gesagt, da kommt es natürlich darauf an, wie viel Module hat diese Zelle und danach richtet sich natürlich auch ganz klar der Preis. Lasst mich überlegen, habe ich alles zu den Specs? Ich glaube schon. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wie schließe ich das Ganze an meine Batterie? Du hast also hier die Solartasche, das ist klar. Von der Solartasche aus geht ein Kabel raus, relativ lang. Und das ganze Kabel geht an den Laderegler, den haben wir ja gerade besprochen. Und vom Laderegler aus hast du dann zwei so Krokodilklemmen, die du an die Batterie direkt anschließen kannst. Super simpel, ist also zur Installation relativ einfach. Problem ist natürlich, das ist jetzt keine richtig schicke Lösung auf die Dauer, wenn du das Ganze fest installiert haben möchtest, im Sinne von der Laderegler ist fest in deinem Fahrzeug integriert und die Solarzelle steckst du dann einfach nur mit diesem Steckverbinder an und positionierst sie dann da, wo die Sonne auch lacht. Das kann man natürlich ändern, das ist super einfach. Da kannst du einfach ein anderes Kabel dran machen und kannst das dann klar fix an dein Fahrzeug montieren. Es hat aber natürlich auf der anderen Seite wieder den Vorteil, dass du damit flexibel bist, im Sinne von ich gehe mal den ganzen Tag feiern am Weiher und möchte meine Kühlbox dabei haben und die soll auch richtig Strom haben. Dann kann so ein System natürlich auch wieder super sinnvoll sein und dann machen solche Klemmen wieder mehr Sinn. Liegt an euch, wie ihr das Ganze benutzen wollt oder auch das Thema Fahrzeugmiete zum Beispiel, ist das natürlich auch klasse. Aber gut, zu diesen ganzen Vor- und Nachteilen kommen wir später eh nochmal. Also ihr habt das Prinzip jetzt verstanden und deswegen würde ich sagen, schließen wir das Ganze jetzt mal an. So, bei mir befindet sich die zweite Batterie hier unter dem Beifahrersitz und da ist der Anschluss jetzt relativ einfach. Einfach nur mit Rot an dem Pluspol und mit Schwarz an dem Minuspol. So, also der Laderegler ist damit schon mal montiert und jetzt kommen wir gleich mal zum Solarmodul und da ist natürlich das Charmante. Du kannst das der Sonne hin ausrichten und damit hast du natürlich den besten Winkel zur Sonne und damit auch die beste Ausbeute. Und das Ganze funktioniert sogar mit diesen hier mit installierten, ich sag mal Standbeinen. Ich stelle das mal entsprechend hin und als ich das immer so gesehen habe, ich mir gedacht, boah, das ist ja super windig. Das wird ja niemals stehen. Aber ich muss sagen, bei solchen Verhältnissen ist es okay. Aber wenn jetzt der Wind richtig geht, schwierig. So, und dann schließen wir das an und dann zeige ich euch das Highlight dieses Ladereglers, weil ich bin jetzt technisch nicht der Allerversierteste, aber da ist eine App dabei und über die App können wir dann die Ausbeute sehen. Das finde ich richtig cool. Schauen wir uns das aber gleich mal an. Also, weiter im Text. Kabel anschließen. Über Bluetooth stellt man ganz einfach eine Verbindung zwischen App und dem Laderegler her. Ich musste noch kurz ein Firmware-Update machen, auch das lief problemlos durch und dann kann man über die App wirklich wunderbar den Status kontrollieren, was es denn jetzt mit der Energieversorgung der Batterie auf sich hat. Die Batterie war bei mir, wie ihr seht, schon relativ voll, aber dennoch, glaube ich, kriegt ihr einen ganz guten Überblick, was die App alles hergibt und ich zeige euch hier einfach noch ein paar Screens dazu. Ein Thema, das mich ja auch immer noch interessiert hat bei diesen Falttaschen ist, passt das denn jetzt wirklich vorne in die Windschutzscheibe rein? Denn das wäre natürlich auch klasse, gerade in puncto Diebstahlsicherung. Und ob das funktioniert, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, und ihr seht, das Ganze funktioniert und ich kann sogar noch die Verdunklung zu machen. Aber dabei sei gesagt, da musst du echt vorsichtig sein, weil da liegt das Paneel dann natürlich auf der Verdunklung und da muss man schon das alles vorsichtig zuziehen, weil es ist ja sehr filigran. Aber wenn man das macht, dann funktioniert das super. Kommen wir also zu den Vor- und Nachteilen von so einer Falttasche beziehungsweise den Gegenüberstellungen zwischen so einem Faltpanel und einem Modul, das wir fest am Dach verbauen. Und dazu habe ich mich frecherweise richtig schön an einen See gestellt und nachdem es heute schon richtig heiß wird, habe ich mich in den Schatten gestellt und da kommen wir auch schon zu den ersten Vor- und Nachteilen von solchen Solarmodulen. Und da schauen wir uns jetzt genauer an und dazu gehen wir einfach raus. Wunderbar, der Kühlschrank läuft auf Hochtouren, denn es ist heiß draußen und dafür brauchen wir natürlich Strom. Und den Strom, den genere ich momentan gerade mit meiner Solarzelle auf dem Dach. Und deswegen fangen wir mit dieser auch an. Einen ganz klaren Vorteil bei einem fest verbauten Modul sehe ich unbestritten darin, dass es einfach da oben fest ist und es wird dir, ich sage mal, zu 95 Prozent keiner klauen. Weil bis du diese Solarzelle weggeklaut hast, da musst du schon einiges in Kauf nehmen und dann nimmst du lieber gleich das ganze Auto mit. Das andere ist aber natürlich, dass du diese Solarzelle immer oben hast. Das bedeutet, du kannst beim Fahren laden, du kannst beim Parken laden, da hast du keine Rumräumerei. Das Ding ist da oben drauf und wenn du irgendwie ein bisschen Sonne hast und einen ordentlichen Laderegler, dann hast du auch immer eine ordentliche Stromversorgung und kannst in der Regel deine Batterie mit neuen Strom versorgen und damit auch aufladen. Ein weiterer Vorteil kann natürlich sein, bei so einem fest verbauten Modul, dass du keine Kabel rumliegen hast. Die Kabel gehen nicht durch irgendwelche Türen durch, sondern das wird einmal fest verbaut. Da wird natürlich durch die Karosserie ein Loch gebohrt, denn irgendwie muss natürlich der Strom über das Dach in das Fahrzeug reinkommen. Aber da fliegt nichts rum, da ist alles fest verankert und verbaut, da nackelt in der Regel nichts. Da fliegt also nichts rum, du hast also überhaupt keinen Aufwand. Ist natürlich schon auch ein deutlicher Vorteil für die Solarzelle auf dem Dach festmontiert. Kommen wir jetzt aber mal zu den Vorteilen von dieser tragbaren Falltasche. Und da habe ich mich jetzt ganz hunsgemein direkt an den Seeufer gesetzt und zeige euch mal hier diese Vorteile von der Tasche. Denn das ist der erste und der liegt, finde ich, vollkommen auf der Hand. Du bist natürlich mit diesem Teil hier flexibel. Ich lege das genau dahin, wo die Sonneneinwirkung am effektivsten ist und lege mir dann das Kabel zu meinem Fahrzeug. Damit gewinnst du natürlich eine Flexibilität, die ist genial, die kannst du mit einer fest verbauten Solarzelle niemals erreichen. Und das ist für mich persönlich somit der wichtigste Punkt, denn gerade im Sommer bin ich natürlich bestrebt, irgendwo im Schatten zu parken. Und das ist dann natürlich am Ende für die Energiegewinnung aus der Solarzelle nicht wirklich förderlich. Und da macht so eine mobile absolut Sinn. Das ist also wirklich ganz, ganz toll und macht da richtig Spaß. Ich will aber auch ehrlich sein mit euch, das Thema ist Diebstahlschutz. Du kannst natürlich das Ding hier nicht stehen lassen und da mal gemütlich eine Tages-Mountainbike-Tour machen, weil da kannst du davon ausgehen, dass das am Abend einfach nicht mehr dasteht. Zumindest provoziert man es. Da gibt es auch ein paar Lösungen, ein paar Tricks vom Fahrradschloss angefangen. Erzähle ich euch nachher auch nochmal ein paar Tipps und Tricks. Aber das ist so ein Thema, da will ich auch gleich darauf hinweisen. Einen weiteren Vorteil sehe ich natürlich, dass du nicht nur im Aufstellen flexibel bist, sondern du bist auch absolut flexibel, was die Leistung betrifft. Also je nachdem, welchen Stromverbrauch du hast, kannst du hier genau das Modul kaufen, das für dich wirklich relevant ist. Sprich, wir reden hier heute vielleicht von 120 Watt Peak, aber reden vielleicht in zwei Jahren schon von 400 Watt Peak. Keine Ahnung, was da kommt, aber da bist du auf alle Fälle flexibler und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Das ist natürlich auch interessant bezüglich des Preises, denn eine Festinstallation, die hat bei mir vom Werk eingebaut, schon mal 1200 Euro gekostet, meine ich. Und da bist du hier natürlich viel, viel preiswerter unterwegs. Kein Thema. Einen ganz wichtigen anderen Punkt finde ich, dass du damit natürlich auch fahrzeugunabhängig bist. Bedeutet, in meinem Fall zum Beispiel, kann ich das auch hernehmen, wenn ich mit einem normalen Pkw mal unterwegs bin oder wenn ich wie hier am See liege und einfach nur mit dem Auto hergefahren bin oder hierher geradelt bin und einen Kühlschrank mitgenommen habe, weil ich den ganzen Tag am See verbringen möchte, dann schaffst du es auch, mit so einem Paneel deinen Kühlschrank zu betreiben. Und das ist natürlich auch richtig klasse. Auf der anderen Seite, wenn du gerne Fahrzeuge mietest und da unabhängig sein möchtest, kann ich dir jetzt schon sagen, dass du relativ selten Solar auf dem Dach hast, weil es einfach nur ein zusätzlicher Kostenfaktor ist. Und wenn du sowas hast, hast du eine tolle Investition und kannst das immer mitnehmen und bist dann trotz Mietfahrzeug immer sehr, sehr autark. Dabei fällt mir auf, dass ich einen Punkt bei den Specs noch vergessen habe. Das Ganze ist wasserabweisend. Das bedeutet, wenn hier mal Wasser drüber läuft, dann geht da nichts kaputt. Aber ich sage mal, im strömenden Regen solltest du es nicht über drei Tage stehen lassen. Kommen wir also noch zum paar Tipps und Tricks von meiner Seite. Wenn man sich wirklich für so ein Faltpanel entscheidet, dann würde ich euch unbedingt noch empfehlen, weil ihr wisst, hier haben wir solche Ösen und die sind richtig gut, denn ihr habt gesehen, ich kann es an den Ständen hier aufstellen, fein und nett, aber in der Realität wirst du das oft irgendwo an einem Baum hängen oder an einem Seitenspiegel hängen oder vielleicht wirklich seitlich an dein Auto ran machen wollen. Und da habe ich so ein paar Hilfsmittelchen. Einmal habe ich hier so ein Zurband und mit dem kann man super einfach durch diese Ösen hier gehen und kann dann das Paneel entsprechend aufhängen. Das ist immer eine feine Geschichte und ich habe das früher immer mit einer Leine gemacht, aber da knotest du dich immer blöd und da hast du halt einfach einen Schnellverschluss und kannst es auf und zu machen. Alles wunderbar und schön. Ein weiterer Punkt, den ich euch unbedingt empfehlen würde oder wie ich das gerne mache, ist, ich habe hier eine Alarmanlage und an der Alarmanlage habe ich auch diese Kontaktschleife. Wenn ich wirklich mal in der Situation bin, dass ich mir denke, naja, die Gegend hier ist einigermaßen safe, ich mache das an meinem Auto draußen hin, vielleicht ein bisschen entfernt, weil ich eben unterm Baum stehen möchte, dann kann ich, wenn ich diese Schleife an der Alarmanlage habe, die natürlich auch sichern. Das bedeutet, würde dann jemand dieses Kabel durchtrennen, dann gibt es zumindest einen Alarm. Machen wir uns nichts vor, weg ist sie dann trotzdem. So, und was habe ich noch dabei? Ich habe hier immer noch so Magneten. Ich versuche euch das dann nochmal im Bild anzuzeigen. Und diese Magneten mache ich dann auch hier einfach an den Ösen fest und damit kann ich dann die Paneele an mein Fahrzeug heranhängen. Das ist natürlich auch eine geschickte Sache, musste aber nicht machen, aber das ist noch so ein kleiner Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich will euch aber auch noch auf eines darauf hinweisen. Ich habe euch das ja anfangs schon mal gezeigt. Und zwar habe ich hier so meine kleinen Hälferchen. Es ist halt die Frage, ob du immer gleich so mit großen Kanonen auf Spatzen schießen musst, weil ich will nur damit sagen, ich habe hier zum Beispiel so eine kleine 24 Watt Peak Anlage. Die funktioniert auch hervorragend, ist im Prinzip dasselbe nur in klein. Und klar, du kannst damit jetzt deine Autobatterie nicht wirklich aufladen. Aber wenn du jetzt sagst, naja, mir geht es aber eigentlich nur darum, dass ich mal mein Handy ordentlich laden kann, dass ich mein Laptop oder mein iPad betreiben kann, dann kann je nach Spezifikation sowas schon absolut ausreichend sein. Mit dem weiteren Vorteil, wenn du viel auf Reisen gehst, kannst du sowas zum Beispiel im Flieger mitnehmen. Und das würde bei der großen Falltasche ja schon wieder eher schwieriger werden. Oder, was ich dann auch gerne mit dabei habe, wenn ich dann mal wirklich auf richtige Outdoor-Touren gehe, das ist hier so ein Akku, der ein Solarladegerät mit dabei hat. Das waren früher immer so Systeme, wo ich gesagt habe, funktioniert gar nicht. Aber das ist endlich mein Gerät, wo ich sagen kann, okay, das kann ich mir am Rucksack dranhängen, wenn ich zum Beispiel auf Fahrradtour bin, dann lädt der Akku wieder voll auf. Und dann kann ich über Nacht wieder mein Handy und mein iPad oder meine Taschenlampe oder Fotoapparat aufladen. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass du jetzt mit diesen kleinen Lösungen keinen Kühlschrank betreiben wirst und du wirst im Winter damit auch nicht deine Dieselheizung über vier Wochen aufrechterhalten. Aber wenn du sagst, du bist einfach nur beim Zelten mal unterwegs oder auf einer größeren Fahrradtour und möchtest einfach nur dafür sorgen, dass dein Akku deines Handys geladen ist und der Akku deines Fotoapparates geladen ist, dann können diese kleinen Lösungen auch wirklich eine super Alternative sein. Und das wollte ich euch nur bei euren Überlegungen mit auf den Weg geben. Ich bin jedenfalls von diesen Lösungen auch sehr überzeugt. Ja und damit zu meinem persönlichen Fazit würde ich mir wieder eine Solarzelle fest aufs Dach montieren oder mich doch lieber für so eine Falltasche entscheiden. Und ich will ehrlich sein, ihr seht es ja jetzt, ich nehme es in Ergänzung und das ist auch wirklich das Allerbeste, weil wir haben ja die Vor- und Nachteile schon so ein bisschen beleuchtet und mit beiden Systemen hast du natürlich das Beste aus beiden Welten. Würdet ihr mich jetzt aber fragen, wenn ich ein Auto neu kaufe, ob ich dort eine Solarzelle fest verbauen würde, würde ich euch ganz klar sagen, nein, würde ich nicht mehr machen. Ich komme mit dieser mobilen Lösung super zurecht. Ich finde das super angenehm und ich würde auch diese Themen in Kauf nehmen, dass ich sage, okay, wenn ich da nicht am Fahrzeug bin, dann nehme ich die Solarzelle rein und ich kann vielleicht nicht ganz so viel Energie gewinnen wie zuvor. Und für mich eigentlich so der wichtigste Punkt, alles, wo man irgendwie so durchs Fahrzeug bohrt, finde ich immer blöd. Also kann man machen und das ist auch alles safe, aber es ist halt wieder eine Schwachstelle am Fahrzeug und wenn man das vermeiden kann, fände ich es gut. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und am Ende muss es eben jeder selbst von euch entscheiden. Tja, das waren also so meine Gedanken zu dem Thema Solarzelle im Wohnmobil und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja und wenn es euch auch ein bisschen weitergebracht hat, würde ich mich sehr über ein energiereiches Like freuen. Das ist immer eine Mordsmotivation für mich, weiter an solchen Videos zu arbeiten und die nächsten Videos zu drehen. Und das würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne weiterhin für euch machen. Und ihr wisst es, wenn ihr ganz wild seid, dann lasst ihr sogar ein Abo da und drückt auf die Glocke, denn dann verpasst ihr keinen Film mehr von Fan4Van. Und den nächsten gibt es definitiv wieder, Montag 18.30 Uhr, vielleicht dazwischen auch nochmal ein Filmchen mal gucken. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch, wohin auch immer ihr reist, ganz, ganz tolle Touren und kommt gesund und glücklich wieder zurück. Lasst die Sonne rein. In diesem Sinn, euer Markus. Ciao.